Der Boost-Kanal mal wieder mit einem weiteren Karten-Opening, und zwar Young Jedi. Die sind schon ziemlich alt, soweit ich das weiß. So, mal ein bisschen genauer anschauen. Also, Young Jedi, Booster-Pack zu je 11 Karten. Steht hinten irgendwas drauf. Sammle alle 140 Karten in den drei Erweitungssets von Young Jedi. Okay. Hier sind die drei Erweitungssets, und ich öffne hier die Bedrohung des Darth Maul. Drinnen sind sieben häufige, drei weniger häufige und eine seltene Karte. Was genau ist, steht leider nicht dran. Und, ja, zwei Booster davon. Dann mache ich gleich mal das erste auf. Einfach schauen, was denn da die Rare ist. Jedi Lichtschwert. Üble Gangster. Jada Binks Elektrostab. Ich lese jetzt nicht jedes einzelne vor. Wir müssen jetzt mal herausfinden, was denn da die Rare ist. Wie denn die sich zu erkennen gibt. So, das waren jetzt mal die 11 Karten. Und jetzt wurde das natürlich auch sehr nice. Mit zwei verschiedenen Rückseiten. Wahrscheinlich jeweils zu dem zugehörigen Team. Soweit ich weiß, ist dann das hier die Rare. Ich schätze, es liegt an diesen Punkten hier. Bin mir aber da nicht sicher. Oder ich weiß es einfach nicht. Also erkennen kann ich die Rare auf Anhieb jetzt leider nicht. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, falls jemand von euch weiß, was da von die Rare ist. Komme ich zum zweiten Booster. Weil steht ja dran, auf jeden Fall eine seltene dabei. Und so weiter und so fort. Naja, nicht ganz so schön aufbekommen. Eins hätte, würde ich nämlich gerne behalten. So. Dann kommen wir noch zum zweiten Booster. Window. Samuel L. Jackson. Killerfish. Flashgleiter. Kampfdroide. So. Wo da die Rare ist? Ich sag jetzt auch wieder die. Na, ich schätze mal wahrscheinlich. Denn der Window ist die seltene Karte. Ja. Das waren zwei Booster zu Young Jedi. Mal was anderes. Sind auch unsere einzigsten zwei Booster gewesen, die wir davon haben. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Von den Karten habe ich natürlich keine Ahnung. Und ja. Egal. Mal ein kurzes Video über solche Karten. Ist auch in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Booster. Bis zum nächsten Mal. Bye. Vielen Dank.